Okay, Vier, hochkommen! Wollte noch was sagen zum Abschied? Hast du? Wollt ihr weg? Wollt ihr weg? Wollt ihr weg? Hier ist Johnny. Hier ist der Papa. Und hier ist Sophia. Wo ist denn mein kleiner Johnny? Super machst du das. Ich finde das so cool, dass du das machst. Da ist der Robinson Club, ne? Willst du noch länger? Ja. Könntest du das den ganzen Tag lang machen? Ja. Ja. In Richtung. Kann ich mich wieder klemmen? Mama sitzt da hinten in dem Boot. Da ist der Robinson Club. Da fährt die Mama. Da sind meine Füße. Guck, da seht ihr die Berge da hinten? Andererseits. Ich will nicht aufhören. Da sind deine lustigen Füßchen. Oh, die holen uns runter, Sophia. Das macht wirklich Spaß. Hilfe! Die holen uns runter. Hilfe! Hilfe! Ich will die Gebächerlaste. Ich benutze Pappenilasten. Hilfe! Johnny, du auch nochmal? Ja. Tschüss. 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 Tschüss.